Was ich jetzt sagen, jetzt gucken wir uns da oben mal die Ruinen an. Kobolde. Ganz, ganz viele Kobolde. Ja, werde ich das? Ein Mega-Power-Trank. Wuhu. Ah, Moment, wenn ich jetzt so viel kämpfe, brauche ich, glaube ich, Reparo gerade. Absolut nicht. Ich mache das mal so, einfach, dass ich von jeder Farbe einen Zauber ausgerüstet habe. Ach, ich hänge fest. Würdest du es bitte bleiben lassen? Ach, Gott sei Dank. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht. So, gehen wir mal da rein. Ganz ohne Begleitung. Mensch. Was ist denn los mit mir? Oh, dass ich in ihr eingesperrt war. Wieso eingesperrt? Rebellion. So, eins nach dem anderen. Dann erst mal die Truhe hier. Ich gehe jetzt einfach die Leiter hoch. Dann zieht mich der Typ da hinten halt. Dann ist es so. Klau den Armbrustbolzen eines Waldläufers der Anhänger. Wie denn? Noch eine Truhe. Schon wieder eine neue Brille. Mensch. Oh, da hinten ist ein Troll. Das ist ja interessant. Wie viele Brillen kriege ich denn hier? Jetzt ziehen wir mal die an. So. Komm, trink. Ja, würde ich sagen. Kümmern wir uns mal. Ja, spring runter. Sieht nach Ärger aus. Konfingo! Die Pindel! Bewege los! Bewege los! Wunderbar! Konfingo! Die Pindel! Konfingo! Konfingo! Was ist da gerade passiert? Das ist gut! Ok, go! Konfingo! Konfingo! Wie einfach, also was heißt einfach, aber wie, ähm, wie solide man doch mittlerweile einen Troll besiegen kann. Hier ist eine Truhe, die er überwacht hat. Ist das hier nicht wieder eine Kampfarena? Da hinten, das Symbol. Dann, Ruhe mal nicht. Die restlichen Gegner sind unten. Und ich... ... bin hier drin. Okay, dann geh ich wieder runter. Ich bin hier drin, ich bin hier drin. Dein Blut klebt an Renrocks Hälften. Richtig. Aber wenn hier... Ne, Moment. Ah, okay. Das heißt, hier geht es erst richtig los. Réveillez-vous. Ich läge deinen Tod. Rechen! Mensch, da trifft man den nicht ordentlich Oh nein, eine verschlossene Tür, oh nein Da muss ich mich dringend drum kümmern Ich weiß, um es zu recken, ich habe schon welche von diesen Statuen gesehen Aber ich weiß echt nicht mehr wo Oh, wo kommt denn der her? 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 Ich werde nicht ruhen, du bist, du bist ich komme aber tatsächlich mittlerweile schon da sind immer noch welche ja und jetzt guckst du immer noch das sieht aus als wäre das irgendwo hallo würdest du bitte da hochgehen das ist lächerlich wahrscheinlich komme ich dann nur durch die verschlossene tür hin oder irgend so ein quatsch was haben wir hier aha verrückt jetzt bin ich hier und kann troden öffnen ok und habe neue handschuhe gefunden und ganz viel geld und die handschuhe gucke ich mir jetzt an ok ok ziehen wir die an dann gehen wir wieder zurück und dann geht es wohl doch runter ist das richtig ok da gucke ich gleich mal rein ok schon mehr als das geld hiermit kiste gersenbild aha ein neuer schal ich krieg hier komplett neue ausrüstung und und er ist ja deutlich besser ich will gerade mal gucken auf der map gucken wo ich gerade bin ok ok geht gar nicht solange ich hier unten drin bin und was das schon auch hier geht es noch weiter Wieso ging das Levioso eben vorbei? Wann das alle? Okay, einverstanden. Noch ein Mega-Power-Trank. Die nehme ich sehr gerne mit. Oh, zwölf Stück habe ich mittlerweile. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie auf einen Schlag. Okay, hier ist ein Kerker. Und hier haben die Freunde wohl geschlafen. Jetzt haben wir hier das Verlies. Wie will ich? Da oben muss ich wohl noch irgendwie... Also hier ist ja noch voll viel. Ist das jetzt alles da? Bei der verschlossenen Tür? Hier war nichts mehr? Soll ich hier wirklich nicht hochkommen? Ah, Moment. Manchmal frage ich mich, wie ich solche offensichtlichen Sachen übersehen kann. Hier war ich auch noch nicht, oder? Oh. Wo ist er denn? Ah, da. Hier war wohl mal ein sehr bequemes... Alles mitnehmen, was geht. Aber da ist in diese Richtung zumindest schon wieder Tuck. Ich habe sowas von keine Ahnung, wo... Ich bin... Aber ich kann mich ja immer auf meinen... Unglaublichen... Orientierungs... 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 Orientierung... Ich... Was ist denn heute los mit mir? Mensch. Ich habe Reden verlernt. Jetzt sind wir hier... Kann ich da auch irgendwas machen? Nein. Hier war ich. Also wieder zurück. Oh, da kann ich ein Kessel entfallen. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür ich das jetzt gemacht habe. Auf jeden Fall sind da erst mal neue Gegner... Ah, geht da die... Ah, jetzt geht die Tür auf. Ah. Oh. Ups. Ich werde dich holen. Bist du Tote? Bärse. Warte mal kurz. Ach, das war's schon. Wir haben eine Ausrüstung. Gepinsel. Bibi, Junge. Gepulso. Nicht besonders klug zurückzukommen. Gepulso. Was sind denn Ausrüstungsplätze? Das ist ja kein Inventarplatz. Gepulso. Hehehe. Hä? Hä? Gepulso. 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 Da oben ist noch irgendwas. Ach ja, das war ja voll. Ah, guck, sieh mir einer an. Oh, mein Herz. Kleine gerahmte Gemälde. Okay, das ist noch was für meinen Raum der Wünsche. Da geht's noch weiter hoch. Ne, halt. Doch. Ne, hier war ich. Hier war ich, hier war ich, hier war ich. Aber da hinten sind überall noch Sachen. Wie komme ich da hin? Die zwei Sachen, wie komme ich da hin? Da oben. Wie komme ich da hoch? Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich dafür durch diese Tür muss. Ich muss hier sowieso nochmal kommen. Ach, wie ärgerlich. Wo finde ich diese verkackten Statuen? Ich gehe jetzt die Statuen suchen. Ich will endlich Schlösser knacken können. Mir reicht's jetzt. Da hat man so ein Dungeon. Das ist mega cool. Hat sich da durchgekämpft. Hat Rätsel gelöst und Kram gemacht. Und da kriegt man eine beschissene Tür nicht auf. Entschuldigung. Aber das ist sowas, das ärgert mich gerade. Deswegen gehe ich jetzt nach... Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Ach, die sind doch alle schon besiegt. Mensch, stell dich doch jetzt mal nicht so an. Ich gehe jetzt nach Hogwarts und suche diese Statuen. Sind die überhaupt in Hogwarts? Es ist ja auch noch so eine Sache. Ich weiß ja nicht mal, wo die sind. Vorher mache ich das Merlin-Rätsel noch. Wenn ich schon mal hier bin. Oh, welch angenehme Überraschung. Okay. Wo sind die alle? Das hatten wir ja im Verboten im Wald schon mal. Die können doch nicht so weit weg sein. Die Schwierigkeit ist hier nur, die zu finden. Ich kann doch einfach Reveglio benutzen, ne? Da ist eine. Da ist ein. Ah, okay. Sind das nur drei Stück? Einmal. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Wo war das Netz hier jetzt? Da. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Ah, hör auf zu klettern. Da. Und. Ich bin zu langsam. Kann ich das vom Besen aus machen? Ne, kann ich nicht. Moment. So. Gasgräben. Nein! Und in den Turm. Oder sind das mehr als die drei? Da wäre selbst Merlin stolz. Okay, das wäre erledigt. Ein Schloss, das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Es ist halt ein Turm, ne? Och, Mann. Ich gehe mal zu einem Händler. Habe ich hier keinen Händler? Ja. Okay, ich gehe mal hier hin. Ich meine, immerhin... Ist da auch noch eine Handbuchseite. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Ja, mal gucken.